NDR 2021 Yo, Yo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme auf den Mindplex Servern zusammen mit Sherry Blade Yo, wo es geht? Und wir spielen hier eine Runde, ja so eine Art Hide and Seek schon Die Reis kommen und ich habe noch niemanden versteckt Ich bin ein Kuchen, warum bin ich ein Kuchen? Geil, ich bin Fernand Ich mache hier voll krass auf Kuchen und stelle mich hier dazwischen So, zack Hinter dir ist der Fernand, äh, hinter hier bin ich Als Fernand, der so zwischen zwei ist, also Du fliegst bei mir so in der Luft irgendwie Siehste, bin ich der Kuchen, der sich vor dich gehockt habe, oder was? Nice Miau Und zwar, dass solche, wenn wir machen, kriegen wir Bonuspunkte, für die wir Sachen freischalten können, also möchte ich das auch mal machen, hier wieder So, Miau oder so ein Feuerwehrwerkskörper abschießen Oh, wir schießen da gerade zwei Feuerwehrwerkskörper ab, wir sind intelligent Ja, wir sind Ja, wir sind Ja, wir sind Ich werde erstmal verstecken dringend irgendwie voll dumm Ja, da ist noch ein Ofen Seid jetzt noch ein Ofen mehr hinter mir Ich zeige mal auf damit, ich will das machen Ich will das machen Miau Alter, irgendjemand macht dir Schwimmsaus Da außen schwimmt ein Amboss Ich war die ganze Zeit Miau 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 Ha, wir haben nur eine Rakete die Dinger an, dass du die abfeuerst Ah, ich werde die ganze Zeit erst mal verstecken gedrängt, das ist voll dumm Aber neben dir ist gar keiner eigentlich Miau Ey, wir haben glaube ich gerade beide gleichzeitig gemacht Miau 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 So, wir sammeln hier schönen Bonus-Games, aber wir müssen auch aufpassen, wenn ein Hunter kommt Abschießen, kriegt man bessere Sachen Warte, ich glaube Ich bin ein Pressure Plate Block und stehe mich vor das Sound-Tor Du bist noch im Ofen Manche Sachen kann man nicht werden Manche Sachen kann man nicht werden Aber ich bin noch im Ofen, ne Ja, ein bisschen Kuchen Ja, mein ich, ja Ofen hier drauf wäre auch ein bisschen blöd Chess wäre geil, wenn man es sein könnte, ey Ja, und dann, das wäre aber übelst auffällig wäre Ah, wenn man Dings machen würde, wenn man kein Doppel-Chess machen würde Und wenn man sich neben einer, äh Das müsst ihr mal als wissen, ob das dann zu einer Doppel-Chess oder nicht Scheiß, ich wurde zum Fancy-Block-Dings Was? Wurde zum Sound-Block, weil ich ja rechtgeklickt habe mit dem Block Ne, du bist immer noch nur ne Ofen Ja, jetzt bin ich wieder in Ofen Ich hab schon keine Dinger mehr Ich hab schon, ich, äh, ja, Raketen, ne? Ja Also, ach, nicht mehr Miauen, nicht mehr Miauen, da kommt ein Hunter Oder, ne, er geht wieder weg Ja, du bist immer jetzt auffällig als Kuchen, das merkt sich wohl einer Weiß nicht auffällig als Kuchen, weil da drüben steht noch ein Kuchen Ja, das ist ja ein Auffälliger Ja, das ist ja ein Auffälliger Ja, das ist ja ein Auffälliger Kein BK2 Kuchen Das steht einfach jetzt eiskalten T-T-Block mit dem Raum Der ist auffälliger Hast du auch wieder recht Ich könnte es auch 10 T-Block werden und mich auf ihn drauf stellen Das wäre geil Hey, das ist jetzt Kuchen Das ist jetzt Kuchen und stellt sich jetzt da drüben nochmal hin Alter, das ist übelst auch viel Alter, meine Alter, Achtung, Achtung, Achtung Alle Hunters hier Alle Nicht mehr Miauen, jetzt wird's spannend Nicht mehr Miauen, ey Hör auf Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Er ist vorbeigelaufen und läuft jetzt über uns nach oben, glaube ich Ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Block nochmal wechseln soll Weil der hinten ist so ein übelst gutes Versteck hinter dem Kuchen da Fuck off Oh nein Nein, nein, du Arsch Der hat sich gemerkt da drüben Ich schließ den Hunter da drüben mit Pfeil am Bogen ab Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Mich einfach die ganze Zeit auf die Jao und dies nicht blicken Ich hab jetzt schon so auf die Hunter abgeschossen, ne? Aber da steht auch Shoot Hunters Upgrade Ex Da passiert nichts, wenn ich die abschieß Ja, du musst den killen, das ist voll dumm Du musst den killen Ja, mit dem Bogen Ach du Scheiße Das schafft man ja nicht Aber du kannst ja immer wieder wegschießen, damit sie schon damage schießen, aber was ich damit mit links tippen kann Habe ich eigentlich in die Rüstung gehabt, nein Alter, wenn ich ein Boot Wenn ich ein Bogen hart hab, sieht man das Nein, das sieht man nicht Wo bist du eigentlich? Ich bin hinten in dieses Kernloch-Hitterdeck Äh, seht ihr diesen Nein Ich bin dieser, äh, Fernens, der zwischen dem Amboss, äh, also in dem, äh, hinter dem Amboss steht Sieht man den Pfeil da, wenn ich den, hier auf dem Ofen zum Beispiel Ja, den Fall sieht man, aber dich nicht Also der, den ich schlossen hab, übelst Ich Okay, wir haben noch eine Ah, ich mach sauer Schuss Hör auf, nein Da sieht man doch, dass hier jemand ist Fuck Da ich mich nochmal umstellen, weil da liegen jetzt immer auffällige Pfeile Ja, aber der im Kuchen ist doch vorne hier, oder? Nein, der ist weg Ja, der Kuchen ist weg Hör auf, der schaut her, der schaut her Hör auf Wir schießen gerade mit Pfeile Bogen aufs Dach hoch Und jetzt hab ich ihn von hinten abgeschossen Die Upcredit ist Super-Axe Nein, du musst einfach nur die oft genug treffen Was? Ich hab eine bessere Axt bekommen Alter, da drüben ist einer TNT-Hunter und kann alles in die Luft jagen Hör auf, hör auf, hier hat er dich jetzt gesehen Weil du neben ihn geschossen hast Bist du behindert? Wir geben dich jetzt tot, ey Warum schießt du auf den, wer da neben dir steht? Und schießt auch noch daneben Was hast du jetzt verdient, dass du tot bist? Sorry Du hast auch diese geile Axt Ja, ich hatte heute Stein-Axt Die hieß halt Super-Axt Oh, ich glaub, wir hängen diese Diamant-Axe oder so Nein Du musst dann noch öfter treffen Dann kriegst du wahrscheinlich Eis Und noch öfter, dann kriegst du dir Aber du Eisgehalt mich angegriffen hast Wir haben jetzt eh verloren Ja, wir hätten aber gewonnen gehabt Ja, sorry Wir hätten uns nicht mehr gefunden, ey Wenn du uns Eisgehalt abgewandert hast, okay Mach den kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde Und weiter geht's Los! Wieder die Map Lass mich in unser Standardversteck gehen Was heißt Standardversteck? Wir waren halt einmal Und der, der, der weiß, was ich jetzt Oh! Ich bin Hunter Ich bin Hunter Okay, dann geh ich nicht in unser Standardversteck Halbbar Da steht doch Ich bin hinter dir Ich bin hinter dir Hinter mir ist keine Rummung Also, ich stehe das auch noch in eurem Chat I will soldier I'll die Also, I will soldier I'll die Also, I will soldier I'll remove to Hunter I will soldier I'll die Nein, ich bin nicht gestorben Ich wurde nur zu Hunter gezogen Da hilft ein Kuchen Da hilft ein Kuchen Da hilft eiskalten Kuchen Wo ist der Kuchen hin? Hier war grad noch ein Kuchen Hier war grad eben noch ein Kuchen Wo ist der Kuchen hin? Den Kuchen möchtest du haben, ne? Ja Was bist du? Oh mein Gott, ich hab OP versteckt Fuck, doch nicht Da ist so der Stroblock, der mich versuchte abzuschießen Obwohl ich es nicht schon gesehen habe, weil er rumgelaufen ist Ich hab hier gemacht I will soldier True First Blood Bitches Die Lappen rumblen hier alles um, ey um Se100 Emp Hier ist eben einer, eine Rakete gezündet Die Plade lieber keine Reaktion die Leiste eine Zündung trotzdem nicht finden kann und ich will die Kanäle Ticket dann muss kein Adler da drüben ein Blumentopf der mit feinem Bogen versuchte mich zu töten Prozent 3 Nein Kürz Nein Sähe ist ein sehr gut versteckt einer Sekunde kann ich auch muss mir helfen Nein die Kinderhüter Null ist jemand auf und er ist in derzeit einfach nicht 1,1 Sekunde die Entspannung jetzt konnte ich nicht Alter wirst du gerade dieser Scheiß Blumentopf wieder mit dem Bogen voll ab geht manche mit der Renten der März dann sind sie bei der Zeit von der Zierkunde steckt aber ich mich versteckt haben weil es ist da erhältlich der Leister ist er versteckt in der Welt ja hier einfach 2 oh ich hab ein übelst gutes Versteck für die nächste Runde ich glaub Zaunfälle und so verbinden sich dann auch automatisch wenn du einer bist sieht zumindest dir so aus weil hier sind teilweise so stellen und du es perfekt zuerst einen Zollgefall hinstellen kannst wo einfach so eine Lücke zwischen den Zaunfällen ich seh ein das Bücherregal hat sich da oben das ist nur das ist ein alter ein Hut das ist ein alter ein Hut da kannst du eins Tiere zahlen nein oder da noch da liegst du so ein hüte Akroft mit du alter kannst du eins Tiere zahlen wie geil hast du das da angegriffen ja klar konntest du nicht war das alter 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 du weißt du du weißt doch gut mein oder ja wir machen jetzt ich habe ich jeden tun und jedes Schwein ja okay aber die Wahrscheinlichkeit dass du da einen findest ne die ist eins in einem Topf wieder einfach so ein TNT Block in der Mauer steht Alkami einfach mal wie man einfach mal Tiere sein kann wie dumm auch ich finde es ganz schön ey die Idee ist eigentlich immer sich hier irgendwo im Wasser versteckt ne ja im Wasser bekommt man Schaden echt jetzt ja das hab ich mir in den Augen gemacht ich kann ja unter Wasser ich meine aber im Wasser kriegst du da auch Schaden oder nur unter ja nein auch im Wasser ich nicht ja du bist auch heiler äh du bist auch ja du bist auch Pante ah da steht eiskalt im Kuchen und der ist meine Masse heiler äh heiler äh hier steht so manches soll ich mir auch denken äh what the fuck wer gerne im Bett ist und sitzt daneben ein anderes Bett steht dann äh steht dann nicht so gut im Bild oh da ist das Kind hochgegangen hier oben ist einer schreibt einer da da fliegen irgendeine Pfeile ich hab's gesehen diese TNT Jäger sind ja eh die besten ne Prozent 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 Alter ich bin ich mir als zu machen seitdem alle welche da ja auch als nun laufen kann Prozent Prozent das ist denn er hat ihn an kann ein ein Köln ab zuletzt haben wir auch ein bisschen aber auch nicht schlimm nicht schlimm also ganz leicht ein bisschen roberstimme halt kann schon hier oben muss da irgendwo einer sein es kann nicht sein boah hier ist auch übelst das Verstecker kann man sich hier als Blätter machen ja du kannst hier an der einen Stelle ohne diesen Superjump hoch auf die Bäume hier siehst du mich ich stehe oben auf diesen ganz großen Oogbäumen suche mich mal noch schnell in den letzten Sekunden da hinten entdeckt ja hier kommt auch hoch oder so weiter ich schieße keine Verlangen ja hier kommt man ohne Superjump das heißt sie können auch hier hoch und ist halten ja ich bin aber erst mal hier im Grunde die Karriere zwei Runden noch mal noch also wir können jetzt einmal eine Runde Tier machen und dann einmal hier hoch gehen und versuchen platz zu machen ich bin wenn ich nie weiß ich auch wenn ich da machen kann ja auch wenn man nicht werfen kann es auch nicht versteckt werden müssen wie man hinkommen stimmt dann mach ich mach ich einfach auf Blumentopf weil Blumentopf siehst du in den Blättern auch nicht richtig ja ok Second Alive ein Killer Assist First Blood 10 Games kriegt man für First Blood ok ich würde sagen wir sehen uns gleich in der nächsten Folge und bis gleich so Leute wir haben an dieser Stelle dann doch Schluss gemacht aber als kleine Zusatzinformation für das nächste Mal habe ich mit den TNT Jäger hier geholt und in der nächsten Aufnahme in der Hunter werden überraschen wir Cherry Blame mit TNT bis zum nächsten Mal und ich hoffe euch hat Spaß gemacht Ciao ja 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 ja